Ich bin mit Unter anderem Ich bin mit Unter anderem Hey Leute, was geht? Ich bin mit Pro uns ist auch am Start So was geht? Feedback Gaming ist am Start What's pop in YouTube We**es am Start Auf dem Kanal von YouTube lauf Du mit deinem YouTube lauf Du mit deinem YouTube lauf Du mit deinem YouTube lauf Nein Leute, heute Richtig krasse Challenges Wir haben Auf den ganzen Kanälen Wir haben Richtig geile Challenges gedreht Und Heute Heute geht es wirklich Richtig geile ab Wir müssen an Instagram Bilder erraten Ganze zwei werden uns dann abwechseln Und ja, ihr checkt das dann schon Auf jeden Fall wird es dann noch bestraft Und geben Gürtel Es gibt Alles Alles Jetzt wir sind immer noch ein bisschen angetrunken Weil ich habe ja heute Geburtstag, Mann Und äh Ja Der hat nicht Geburtstag, ja Wir verlieren Alles Gute, Kuber Nee Das ist äh Warst du schön gestillt? Oh Gib dir was hier Zu Papa Zu Papa 3 2 1 Ducky Bee Ducky Bee Ducky Bee Was soll ich sagen? Keine Ahnung, Mann Egal Ducky Bee Bist du sicher? Er hat nicht Ducky Bee gesagt? Er hat nichts gesagt Er hat irgendeine Angst Ich will nicht mehr kriegen Das kann ich nicht mehr Ich schwör das Ist doch wie sie's gewandt Verdammt Ah Ah Doh du Doh hast du fit geschlafen? Is happening in me Doh hast du nach Ries geschlacken? Oh nie I'm not gonna make it Oh Oh F*** Also, äh So jetzt Das zweite Bild Beats erfüllt jetzt ein bisschen... 4, 3, 2, 1... Masi, Masi, Masi! Alles klar? Waxen sie dir? Hab ich gesagt! Ich schwör! Ich hab Waxen gesagt! Stopp! Stopp! Okay Leute, kommen wir jetzt zu meinen Bildern. 4, 3, 2, 1... Weint, du Weint! Ja, geht doch so. Alle richtig! Du gesteigst! 4, 3, 2, 1... Matthew! Ich hab gehört! Matthew? Ja! Matthew? Käse? Käse? Es ist ein weißes Bein, aber ich weiß, wir können auch beide draus. Krapi! Ja! Alle Fieber! Wir mixen wieder den Druckladen. Krapi, man! Danke an dich, darf jetzt heimisch. Ey! Warte, bei mir haben wir so in der Reihe. Mach jetzt mal raus! Ich krieg den ersten... Oh, Digga! Mann! Mann! Auuuh! Ich hab' schrecklich bei dir, Bro! Ich hab' schrecklich bei dir, Bro! Alter, Mann, ich geh nur mit dem Scheiß! Ich gehst' nur bei dir! Okay, Leute, letzte Bestrafung. Es wird auf die... Ah, es ist Lala für mich! Egal! Fünf! Vier! Tester, Tester, Tester! Drei! Zwei! Wie viel hätte ich das Vlog? Nein! Das war... Oh, mein Gott! Deswegen wusste ich heute bei dir! Oh, mein Gott! Ich hab' so... Ich hab' so... Hä? Aber das ist immer geil! Das hab' ich nicht gesehen, Junge! Das ist ein Tattoo, Digga! Oh, ey! Du trippest! Du, like, always got damn trippest, Bro! Deswegen wusste ich Jank doch eben, weil ich da selber hatte, quasi... Warte! Ah! Ich bin's schon, Digga! Oh! Digga! Ich bin's... PIEP, Digga! PIEP, Digga! Hissi! Vier... Drei... Zwei... Eins... Warte! Gib mir nicht auf den Senkeln! Okay, Jungs, das letzte Bild... Und... Ich hab' Ski, doch Jungs, aber ein Mädchen, Digga! Okay, Jungs und Mädchen, Jetzt kommt er an! Was? Wer das nicht ergiebt, dann kriegt... Schuhe auf den Rücken! Fucking Schuhe auf den Rücken! Mal zeigen wir mal, Digga! Fucking Schuhe auf den Rücken! Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Oh mein Gott! Wie? Der hat das mit Wacken gemacht. Das war mega hart, die Situation. Egal, okay. Richtig, Mann! Oh mein Gott! Aber ich weiß jetzt nicht mehr, Junge. Gut, ich da! Eins, zwei, eins, drei. Oh meinst du das? Junge, weil ich kein YouTube, ich meine heute einfach so. Deutschland? Ja. Was ist das, Mann? Melina, keine Ahnung. Ich kenne das, ach so! Aber das ist so schwierig, ne? So einen fetten Arsch, so einen fetten Arsch. Das ist eine schwarze Arsch. Du bist nur der Nachricht hergefallen. Egal, Bro! Der Mann hat dich nur einen Arsch. Wow! Oh mein Gott! Mann! Überall, was bleiben! Alles blut von David! Was macht die Kross? Lass chillen. Hast du auch noch drauf gefasst? Was drauf gefasst? Und deswegen ist das hier alles so gut. Richtige, richtige Ratten, ja? Richtige Ratten, Mann. Wir haben uns beide, Mann. Hier. Ich sag euch, klar, Mann. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Abonniert meinen Kanal. Abonniert mich auf Instagram. Ne, Leute. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab. Champs am Start. Folgt uns allen auf Instagram und Snapchat. Und fleißig in die Kommentare schreiben. Ja, was wär's nicht, dass wir Challenges machen sollen? Wir sehen uns beim nächsten Mal.